35 Jahre Erfahrung für ihre Outdoor- und Reiseträume. Wir haben eine Lace-Layer und alles von superfine New Zealand Merino wool und das ist noch unser Fokus heute. Die mehr wir in die Zukunft haben, wir herausfinden, wie eine Merino-Wool ist. Es gibt keine Schmerzäume, es fühlt sich aus, es fühlt sich schön gegen die Haut, es reguliert die Temperatur. Und wir haben gelernt, wie verschiedene Fabriken machen. Wir machen für den Sommer sehr light-weight-Fabriken. Wir machen ein gesamtes Layering-System für den Winter, Midlayers, Outerwear. Wir machen sogar Underwear. Ich würde gerne versuchen, die Erfahrung von Merino gegen die Haut zu versuchen.